Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. So, wir dürfen jetzt reisen zum Schrein von Aman. Wo auch immer der war. Das war hier. Okay. Titanit-Scholle. Oh ja, hier das Gesinge und so. Versucht angreifen, dann hurra für Schatz. What? Achso, da vorne. Ähm. Oh je. Jetzt sitzt er unten. Oh man. Schade. Aber hier oben geht's ja noch lang. Oh oh. Was, nur 300 Schaden? Ach komm schon. Hier ist eine Truhe. Meine Truhe. Verwölktes Dämmerungsgrau und Skeptiker-Words. Cool. So, hier gibt's dann jetzt nichts mehr. Außer den Tod. Das Item können wir da unten erstmal vergessen. Da kommen wir noch nicht hin. Ich höre hier irgendwas glitzern. Ich höre hier irgendwas glitzern. Erz-Tracken-Gewand. Cool. Okay, jetzt ist es uncool. Das lebt ja immer noch. Boah, Telefon, wenn du mich noch ein bisschen aufregst. Boah, Telefon, wenn du mich noch ein bisschen aufregst. Schön aufs Wasser achten, Leute. Schön aufs Wasser achten. Schreit, wenn ich falle. Alles cool, ne? Flammenschmetterling und glitzendes Titanin. Alter, das habe ich so gesehen. Alter. Ihr Wasserleichen, ihr sterbt dadurch so richtig schön. Hier ist noch so ein Ding. So, erstmal die ganzen Viecher hier töten. Rotes Wasser, gut. Sorry, Leute. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr angespannt und überlege gerade. Du lebst noch. Weil ich möchte natürlich nicht hier sterben. Jetzt fängt sie an, wieder zu singen, jetzt wo ich weg bin. Jetzt kommt der Typ. Oh, du hast sie überlebt. Ich bin erstaunt. Ne, wir können auch jederzeit unsere Keule rücksetzen. Das ist das Schöne. Oh, geblockt. Oh, geblockt. Ich bin verwundert. Alter. Oh, geblockt. Oder muss ich jetzt zu dir kommen. Au. Blutungsschaden, ja. Unschön. Aber wahr. Hier hinten noch. Ah, nur geschliffen. Jetzt habe ich, glaube ich, alle. Sehr schön. Oh, das Gesinge, das ist wirklich schön. Das ist schön beruhigend vor allem. Oh, hat sie aufgehört. So. Wenn schon, denn schon, ne? Frau voraus. Ja, dahinter war diese Kiste, ne? Damit man denkt, dass sie böse ist. Das war doch die Frau, die eingesperrt war. Wir wussten, dass du gekommen bist. Und stopp singen. Wir sind Milfenito. Wir sind hier, um zu singen mit den Bogen und Schmerzen zu singen. Wir werden hier singen, hier immer wieder. Wie immer wir haben, von lange, lange vor. Wir wissen nichts von der Welt, der outside. Und warum sollte wir? Denn wir werden niemals verlassen. Ja, ich suche König Vendrik. Aber was ist ein König, after all? Wir wissen nichts von der Welt, der outside. Denn wir werden hier niemals verlassen. Wenn wir singen, die kleine Zeraten tanzen. Die kleine Zeraten geben comfort. Die kleinen Zeraten zu den, die Tod und Schmerzen behalten. Das ist das, was wir geteilt haben. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Cool. This is all, that we can do. When we singen... Okay, sie wiederholt sich. Wenn sie singt, dann tanzen die kleinen, was auch immer das bedeuten mag. Wahrscheinlich meint sie diese Feen. Oder diese komischen Viecher hier, ich weiß es nicht. Ich würde es auch gar nicht wissen. Ist das eine Höhle? Nee, oder? Nee, kommen wir auf. Und hier ist die Kiste. Die habe ich damals nie gesehen. Sie ist zum ersten Mal ohne Spaß. Drachen-Ambulett. Gut, dass nichts Wichtiges drin ist. Wäre ja schlimm, wenn ich alles verpasst hätte. Vorsicht vor links. Okay, dann wollen wir mal, ne? Zack. Wieso mache ich nicht so viel Schaden jetzt mehr? Schade. Schade, wirklich schade. Aber das wird schon. Das skaliert ja noch. Und ich werde ja noch ein, zwei Level aufsteigen. Glutungsserum. Okay. Da steht hier. Skelett, aber Verzweiflung. Was? Ein bisschen Skelett. Tatsächlich, so ein bisschen Boden, ne? Hier überall Skelette. Und ich bekomme glitzendes Titanit. Yes. Wird ja immer besser. Oh, wunderschön. Wie ein Traum. Ja, das sehe ich auch so. Nur dieser Traum ist von kurzer Dauer. Denn da vorne wird man gleich angegriffen und alles. Und hier ist ein ziemlich ekelhaftes Gebiet. Echt, das ist wirklich schlimm. Alter, hast du mich erschreckt, Geist. Alter, nicht schlecht. Gut gezaubert, Frau. So weit kann ich gar nicht schießen. Yay. Cool. Hey, da vorne sehe ich was. Ah, daneben. Getroffen. Okay, es kommt. Oder nicht? Oder schon? Okay, jetzt wird es ungemütlich. Alter, dass du mich getroffen hast, ne? Schwein gehabt. Ich habe übrigens mir was gegönnt. Und zwar hier ein paar Lutschkiesel. Und bald kommt auch der Punkt in dem Spiel, an dem ich leveln werde. Ich habe vorhin dann ein Rufsymbol gehört. Ich habe es gehört, wirklich. Und nun ist es weg. Oh, das war doof. Nein, 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 zurück. Zurück. Komm schon, Zauber. Ey, ich meine, schieß. Mann. Voll durcheinander gekommen. Da hinten sind ja voll die Seelen und alles. Oh, da geht es runter. Das habe ich gesehen. Und hier hinten ist auch so ein Vieh. Alter, dass du so schnell bist. Hey, hey, hey. Nein, 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 nein. Oh, du Sau. Oh, du Arsch. Trink. Aha, hier könnte ich mir gar nichts. Ja, was willst du jetzt tun, hm? Kommst du hier nicht hoch? Stirb. Dankeschön. Da sieht man auch schön den Rand hier links unten. Wie die Insel verläuft. Ich habe mal einen wunderschönen Ausblick. Dessen, was einen hier erwartet. Ich hätte jetzt trotzdem gerne jemanden gerufen. Ist ja unfair. Kleiner, glatter, seiliger Stein. Okay. Bin ich zufrieden. Kommt jetzt jemand? Bitte. Ach komm schon, ich will mich nicht erst hinsetzen müssen. Schade. Schade. Wirklich schade. Schade. Obwohl ich menschlich bin. Sacre bleu. Das ist ein Item. Hm. Toll. Glitzerndes Titanit. Oh, geil. Schön auf den Boden achten. Irgendwann geht es nämlich abwärts. Okay, hier ist Abgrund. Schön rollen. Immer rollen. Keep rolling. Rolling, rolling, rolling. Okay. Alter. Nein, ist nicht wahr. Hör auf. Du Arschgeige. Du Arschgeige, hör auf jetzt. Schützenposition, wieso? Hinterhalt war raus. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Dankeschön. Für die Info. Oh, da ist Abgrund schon wieder. Oh, Leute. Das ist gefährlich. Ich hätte aber ganz gern die Items ganz hinten. Oh. Feuersamen. Das Item nehme ich natürlich auch gerne. So, und da geht ein... Schön zuhören. Anschleich gut. Ja. Von wegen. Haha. Aber deine Rüstung hätte ich gern. Die ist wunderschön. Uh. Wie unfair. Von wo hast du gezaubert? Au. Okay, ich weiß von wo. Kannst du mich hier treffen? Kannst du tatsächlich. Nur ich nicht. Okay. Alter. Von wo das jetzt? Die schummelt. Ja. Ja, jetzt kannst du nichts tun, ha? Scheiße, wa? Oh ja, stirb. Nimm alles. Nimm alles, was ich dir zu geben habe. Zereck. Du Dreck. Ha. Hast du nun von. So schön aufpassen. So schön aufpassen. Versucht Fackel. Schatz voraus. Alter, ich weiß ja nicht, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich hier dem Ganzen nicht vertraue? Oh oh. Nein. Ach komm. Dass du mich auch jedes Mal treffen musst, ne? Ganz vorsichtig. Schön gucken. Schön gucken, ob wir irgendetwas sehen. Mann. Brauche ich doch keine Fackel für. Oh. Schön auf den Boden gucken. Verschlossen. Mach das auf. Versucht Leben. Was? Verstehe ich nicht. Versucht Leben? Was heißt versucht Leben? Hm. Verstehe ich nicht. Versucht Leben. Volles Leben? Versucht Leben. Was könnte das heißen, Leute? Ich habe keine Ahnung. So, mein Leben ist jetzt voll. Geht nicht. Geht nicht. Hier geht es aber noch irgendwo lang. Oder auch nicht. Da muss ich irgendeinen Schlüssel bekommen. Den Schlüssel bekommt man meist erst dann. Wenn man da noch gar nicht war. Also, man kriegt den Schlüssel von dort, wo man erst hin muss. Okay, ich bin zu weit weg. Definitiv. Ach komm schon. Immer noch? Oder schieße ich ihm durch die Achsel durch oder so? Gibt's doch nicht. Also noch näher gehe ich nicht. Kannst du knicken. Geht doch. Das lösen wir ganz einfach. Bleib da. Du Sau. Hier bin ich. Hey. Alter, du kannst dich auch nicht entscheiden, oder? Ja, genau. Hier ist richtig. Sehr schön. Feini. Feines Schweini. Und bloß nicht runterfallen. Was ist das hier? Gar nichts. Okay. Schön achtgeben, Ivan. Lass dich bloß nicht lumpen, ne? Ey, die Zeit, die verfliegt, ne? Okay, du bist vergiftet. Oh mein Gott. Nicht so schnell. Du bist vergiftet. Ich hab quasi meinen Job erfüllt. Du Arsch. Hättest du gern. Hättest du gern. Ich weiß es. Ich würde dir gern ins Auge schießen, aber das kann ich irgendwie nicht. Oh, du bist nicht mehr vergiftet, ne? Ey, stehen bleiben. Ha! Voll in den Kopf. Hau ab. Mit dir messe ich mich gar nicht. Du bist viel zu groß und zu dick. Und jetzt fall um. Tod, bitte. Umfallen. Dankeschön. Danke. Celebi. So, jetzt muss ich gucken, ey. Ist ja gemeingefährlich hier. Hier ist zumindest schon mal so eine Art Weg. Ist doch gut. Kann ich mich dran halten. Oh, du kleines mieses Ding. So. Anschleichen und so. Tja, von wegen. Da hinten ist ein Item. So, wie... Will ich das wirklich wissen? Boah, das ist so gemeingefährlich, Leute. Ach, komm, hau ab, ey. Ich trau dem ganzen Spuk hier nicht. Boah, sind da hinten Items, ey. Was ist denn jetzt diese Giftdinger? Irgendwas kackert da. Boah, ist nicht wahr. Leute, ich mach'n Schnitt. Ich sag' danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in dem nächsten Part zu Dark Souls 2. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Zu dringend. Na, das ist das Zehn. Bis dahin. Ich dir das St.